Musik Sie sind hier zum Public Viewing, zum Fußballspiel. Waren Sie schon mal vorher auf unserem Filmfestival? Ja, ich war hier auf dem Festival, ja, war ich schon seit drei Jahren. Dieses Jahr noch nicht, die letzten Jahre sind wir eigentlich immer da und wir werden auch morgen oder übermorgen uns noch mindestens ein, zwei Filme hier angucken. Ich komme zum Fußballspiel hier. Ich komme aus Stuttgart und von dem her bin ich hier nicht halt so oft. Ja, eigentlich bin ich jedes Jahr hier auf dem Festival und dass hier die Leinwand ist, das haben wir erst durch einen Freund erfahren und ja, wollten wir auf jeden Fall mal ausnutzen. Was ist denn spannender, Fußball oder Filme? Das ist unterschiedlich, das kommt auf den Inhalt vom Film an. Ich habe zum Beispiel jetzt den Film über Lagos gesehen, weil ich vor vier Wochen selbst aus Afrika zurückgekommen bin und wollte also mal noch einen Rückblick über Afrika haben. Das war für mich also jetzt spannender wie ein Fußballspiel. Haben Sie einen Tipp für heute, wie es ausgeht? Ich glaube, es wird nicht so einfach, wie wir uns das erhoffen. Ich tippe 2-1 für Deutschland. Deutschland! Ja, bist du sicher? 2-1 für Deutschland. Schwierig. Ein 1-0 für Deutschland. Jetzt müssen wir einfach auch in der Konfrontation wie ein 1-0 für Deutschland. Wir sagen, wir gehen hier vier, fünf, drei, vier und drei. Okay, bereit. Wir sagen, wir gehen hier vier, fünf, drei, vier und drei. Vielen Dank.